her alle leute ich bin es körper 1 3 2 und heute spielen wir ein hobby das nennt sich wer hat luigi getötet mit dabei ist äh der bruder von körper 1 2 3 2 und ja wir wollen echt wissen wer den armen luigi getötet hat hier haben wir inzwischen riechen brei aufkartig ein illuminat und ja darauf trinkt jetzt mein erging romei wird riesenball im kopf um trinkt es mal was wissen wir was du für den kopf bekommst trinkt es lila im kopf okay wir gehen weiter wir müssen hier ein paar kurs lösen bis wir den mörder finden mein erster tod wie traurig ich werde schon sterben oder so ach ja 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 traurig doch man sieht es so ein bisschen und okay leute kattig mir hat nicht sehr gespräch ich keine Ahnung warum hohe okay ich glaube das was brauner nicht berührt ist braunen können zum lachs bei dir und sonst lachs zu oben haben Mario okay okay stage 4 Bier 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 ist noch voll oder was ja okay das lange er dort ist trinken wir uns ein energy drink wizard die Uhr sagt ich bin ja wäscher kürz die türkischen Kopf Mann und k die Treffer zum Haus okay die die Schmerbeiter die kommen die machen können oder soll ich oder ich mache ich mache ich mache ich habe und katt ist er da ist bis du ruhig Jo Leute, sein Spiel ist gerade abgestürzt. Wie traurig ist das denn, ey? Naja, und jetzt sehen wir bis zum nächsten Cut, wo er jetzt doch mal drin bleibt in dem Spiel. Ja, bis gleich. Jo Leute, seht es euch an. Er muss doch einspringen. Okay, wir haben es geschafft. Okay, jetzt muss er nur noch die Treppen hochlaufen. Die sind total berührend. Ja, jetzt gehen wir ins Haus rein. Geh du vor. Okay. Wir dürfen nicht das Blaue berühren. So kackberührend. Ich komm da. Könnte ich mir einen Energy Drink. Ich auch. Die sind immer enger. Mein Kopf ist lila. Welche Farbe hat dein Kopf? Grau. Scheiße. Das sieht so bescheuert aus. Okay. Ich glaube, ich spiele das eingesummt. So, glaube ich, einfacher. Okay, Leute. Wenn ich noch einmal sterbe, dann mache ich wirklich einen Cut. Wo ich dann am Ende bin. Wie knapp bin ich denn gerade? Wie knapp bin ich denn gerade? So, so, ja. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Okay, okay. Oh, ich habe ein bisschen LED-Leiter. Geil. Auf dem Dach vielleicht ein Easter Egg oder so? Äh, ne. Vielleicht im Camino oder so? Oh, die Steine sind echt hell. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, kosmosi. Okay, wir haben es geschafft. Und hier war... Irgendwo gab es so eine Waffe, so einen Hut, den habe ich so geliebt, ey. Die kostet aber irgendwas mit 9. Sprung, springt da bitte nicht. Natürlich kriege ich dir aus Haufs. Oh, scheiße. Ich habe versprungen. Sprungen. Okay, 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 okay. Das ist so traurig. Mann, da war eben schon so ein Hut, der flog da gerade herum. Und den wollte ich euch zeigen. Und da hinten dieses Feuer, diesen roten Blitz, hier, warte. Da seht ihr dieses grüne, da oben ist ein orangen, zwei Ring, da bei diesem grün-grauen Sprung. Das ist ein Blitz-Dominus-Head, der kostet irgendwas mit 9 Millionen Rubux, Alter. Und tausend Kosten, gerade mal 5 Euro, oder? Und ja, bald werde ich wirklich so einkaufen, wenn ich reich bin. Ja, Mann. Okay, Leute, und da ist noch so eine komische Krone, diese blaue, siehst du sie? Neben dem Haus, dieses komische Türkis. Ach so, ja. Das ist so eine Krone, ich glaube, die kostet 5 Millionen. Geh mal vor. Warum nicht? Okay. Ich muss beim Haus vorgehen. Danke. Okay, schauen wir uns mal an, wie er es so meistert. Ich kann mir eben abgucken. Okay, Leute, jetzt werde ich in den Pranken. Scheiße, ich bin im Online-Diffen hier. Nee, ich bin... Ah. Leute, wenn einer gestorben ist, müsst ihr in der Mitte vom Spawn stehen, weil wenn er stirbt, spaut er in euch rein und dann passiert einfach so was, dass er dann wegfliegt. Komm, zeigen wir uns den gleich, falls du gleich stirbst. Okay, du glücklicher. Dann, ja. Aber eigentlich, weil man kann da von wegfliegen, oder? Ja, das ist traurig. Okay, ich habe hier eine riesige Burg. Okay, man muss... Okay, man muss einfach nur hochlaufen. Warte, ich trinko, ich trinko, ich trinko, ich trinko, ich trinko. Ich glaube, warum... ...aufdem sie es auf Autos kann, man in den Autos drin sitzen ... Warum? 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 Ich muss um den Scheiß drauflaufen. Ich bin richtig treffend. Okay, man kann sich nicht in den Autos drin sitzen. Das ist auch gut, sonst, wenn man wegfahren... schützt sich zu diesen drücken die sich frei auf den Autos rumbewegen okay ich hab schon geschafft wir haben ihn doch als den nächsten Hut eine Pylode geschätzt 2000 kostet ja wer geht vor Schöscherpapier Schöscherpapier okay du musst vor viel Spaß okay steh mich extra in Spawn rein wir müssen die Glitch zeigen wir brauchen sich so ein bisschen verschoben ich hab nicht ich hab ne Taktik was wir machen könnten also guck ich einer stellt sich hier hin wo ich grad stehe ja genau durch Kopf und überspringt ja ich komm zu dir was zum okay nein das geht nicht aber es war ganz knapp bleh okay Leute wir sehen uns beim Cut wenn wir es geschafft haben okay Leute ich hab's geschafft und er auch mit ganz langsamen Tastfunktion okay das nächste kann man glaube ich nicht mal schaffen wenn man nicht genau also hier ist ein komplett unsichtbarer Boden das heißt man nein da muss man nach rechts gucken man muss überall hinlaufen vielleicht ist irgendwas unsichtbares vielleicht hier so ja zwei drei Schritte vier fünf sechs sieben acht irgendwann kommt gleich hier ne Kurve neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn es ist eine verarsche muss man einfach nur gerade ausdrucken es gibt manchen ich muss noch sich hier mit dem Parcours Dings machen bei manchen ist es schwer wo aber ich laufe mit einem Bein einfach umtasten schon hinter mir oder schon hinter mir oder oder direkt wie lang noch oh mein Gott jetzt runter zu fallen wäre echt traurig ist so okay aber man merkt dass ich viel besser bei den Hobbys gewonnen bin als bei meinem ersten Mario-Obby-Video ähm man könnte heute gehen ah man das ist rot Teil hat doch ich bin umgekehrt die 15 drauf ok einfach nur durchgehen ja ein Hund kann man auf seinen Kopf raus springen ein nein nur kann den Hund angucken ja einfach nur runterlaufen ja oh nein alter diese scheiße 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 die sind dran boah wo 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 ho hat ich mich auch wir haben hier seiten bläst schon alt alt mein Kopf ist komplett rot ich hab sie nicht geblockt durchsprich ich hab dich angst wessen oben ja es hat schon geschafft ja bei mir hat es gerade nicht reagiert im Schiff traurig er hat das ist allein weiter das ist gut drin kreft der Bärtschicht die dann die Art der Beispiele irgendwie ist die Klinik erhältlich in der Lieferung wie ist mein Springer verpackt die Regis 3 Sekunden später ich drücke auf den Springer auf aber nichts passiert mit die Warte Leute bis zum nächsten die Leute ich bin wieder da er sind so was abgekackt eine zweite Mal das zweite Mal wir machen einfach weiter ganz allein ist dort ja eh nicht mehr lange die Tür vielleicht kommen heute zwei Videos raus was machen wir jetzt nächstes Ferrari Glitches um und mein Knopf funktioniert wieder das ist toll ich will sagen was anderes er spielt zwar was anderes jetzt müssen wir auf Reis Klingel rum du kannst mich du kannst später mir ja wieder folgen okay hier haben wir eine Pixelart von Mario perfekt die Luft hat mich getötet wie traurig und rassistisch oh wir müssen später ein Haus überklettern ach man das Sprengel ist so komisch es regiert einfach 30 Sekunden später warum wenn ich in der Luft bin Alter das ist einfach kein Bock mehr und irgendjemand ist mit reingejoint schon zum Abonnent was mach ich in der Spongebombe Welt Alter ich will in der Spongebombe Welt ich will in der Spongebombe Welt ich will wegen Luft hä 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 fikt euch ich hasse diesen Brakul von diesem Lava Brakul ist so kacke Vier-Eck und Vier-Eck hier ist ein Rechteck Vier-Eck 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 ich hab schon geschafft die müssen unterspringen ja klar das das verpiss dich keiner besser ah ne ich will euch mal freuen oder ne hä noch so auch jetzt muss ich noch so ne Scheiße machen jetzt muss ich jetzt muss ich irgendwie so richtig komisch runterfliegen ja ja wahr oder falsch Sennig ist MLG was denkst du wahr oder falsch äh falsch falsch Sennig ist MLG das heißt der Cracksonic ach der ja 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 der ist MLG die haben übrigens nicht mehr auf Zeitung klettern keine Ahnung wie man das machen kann Mann warum spricht der was doch nicht Alter Doppelklicken Doppelklicken ach der diese kleine Schlampe hat mich geschützt ich bin sie weggeblieben ok ist das auch in soem obvio oder was ja ok ok ich muss mir solche Leiter hochklettern nein ok 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 fünf Kilometer weit er wieder nicht springen müssen verarscht noch ein paar Kronenbuchs weil sich nicht mehr und 50 Kronenbuchs Krupp aber ich habe nicht ein Buch Ich habe es geschafft, Alter. Ach nee, es sind hier so irgendwelche unsichtbaren Pisswände. Ey, wie kann ich meine Freundschaftsanfrage machen? Du musst ins Menü gehen. Oh, der kleine Bastard hat mich weggeschafft. Du musst einfach irgendwelche Flüchtlinge als Freunde nehmen, oder was? Okay, bist du gerade gestresst? Nö. Dann guck dir dieses Bild an. What the fuck? So ein komischer Typ, der sich im Kreis dreht. Ach, Leute, erinnert dich noch, wo ich unten war? Oder wo da diesen Mini-Loop bei der Ohre? In die falsche Richtung gelaufen. Der Ding ins Kicht. Jetzt muss ich irgendein Baum hochklettern. Ich muss Bäume hochklettern. Oh, du kleiner Witz, Alter. Guck doch, wie die Kacke drauf hat. Das ist voll die von mir. Ich habe keinen Bock auf die Kacke. Rechts sind doch solche Dinge ins Kicht. Ja? Ja, vielleicht hast du dich da ausversehen draufgeklickt. Nein, habe ich nicht wirklich. Hör auf, kannst du nicht drauf. Oh, verdammt nochmal, ich hasse diese scheiß Passagen. Ja, wahrscheinlich. Fall ich hier dreimal runter. Dann sterbe ich noch, Leute, wir sehen uns auf diesen Verfick. Okay, Leute, ich habe es geschafft. Wir müssen uns mit irgendwelchen komischen Rostteilen berühren. Oder nicht berühren. Das wird immer enger und ekliger. Boah, Alter, warum? Achso, das ist so ein Schiebdingster. Du bist schon bei Stage 32, Alter. Normalerweise, ja, ich. Normalerweise schaffe ich es immer bis 100 in einer Stunde. oder... Da muss ich solch ein Dinges... Timing... Okay, jetzt muss ich einen Ball hochlaufen. Okay, da ich muss jetzt raten noch nie... Aber ich habe nicht auch... Ach, fuck, okay. ja okay was und auch nicht so schnell weg mit Torso okay verdammt da ist pink für das Richtige und wenn nicht dann wenn ich heulen die okay ich geheulich du musst auch aus wenn ich hier mit dem Junge ja ach ich ja ich weiß das ja wahrscheinlich diese scheiße Läden die Läden nicht umbrennen bleiben meine Augenbilder ich hab schon ja wahrscheinlich darf man überhaupt diese weißen Teile berühren vor allem Geld muss ich okay mach ich werde die perfekte Teile ne ich lass mich nur hören könnte ich mir energy trink von Zauberland mein warte 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 du hast immer jede Minute vom Server gekickt ist du hier kurz stellst du zähne ein das könnte ich wieder raus Alter oh Leute ey Daniel ich bin schon am Ende I think we found him through the teleporter da bin ich so spannend wer Luigi getötet hat mhm ich auch ach noch an hallo irgendwie ach da unten muss man hin oh ja okay Daniel der Killer war das? das war sogar zwei Kinder das war cool nicht wahr? ne ne das sind zwei die du kennst das ist ein Skelett aus Undertale ich kenn kein Undertale ich kenn kein Undertale doch und den Skelett kennst du ach deee und dann noch dieses Illuminati Dreieck aus ach auch ja und ja ich hab's durchgespielt Leute ja ich hoffe es hat euch gefallen ja lass ein Like da abonnieren hier ist dieser coole Daumen des Head nicht vergessen ja immer eure Freunde weitererzählen und wir sehen auch vielleicht äh wieder später wenn wir noch ein Video hochladen du bist perfektes Parfugel Alter 100% Speed ja geil oh du seht ihr hier diese Haferbordteile solche gibt's nur in Roblox ah wo wow guckst dir an ich kann durch die ganze Welt jetzt fliegen so wie es nach Haferbord was fliegt yeah yeah wow jetzt kann ich so ganz am Anfang okay wie konnte diese Schweine nur den Armluigi töten yeah Y jedes Mal und ich das 20 Minuten Leute gleich kommt neues Video an soo ja seid bleibt gespannt okay tschüss m uns gleich mal in Deutsch g n % g g